Was sind das für schwarz-gelbe Feiertage? Und Nächte? Seit Dienstag ist klar, wir bleiben in der Champions League. Und in der Bundesliga? Da geht's jetzt nach Mainz. Zum dritten Mal Rot-Weiß gegen Schwarz-Gelb. In acht Tagen. Zuerst Düsseldorf, dann Prag und jetzt geht es gegen Mainz. Und jetzt bei mir ein ganz besonderer Gast. Ich freue mich, dass er hier ist, weil er die letzten Wochen einfach genial Fußball gespielt hat. Ich begrüße ganz herzlich Aschraf Hakim. Schön, dass du hier bist. Danke sehr. Aschraf, am Dienstagabend warst du noch hier auf diesem wunderschönen Rasen. Es war ein toller Europapokalabend. Wie hast du das Spiel erlebt? Die Wahrscheinlichkeit war heute eine besondere Nacht. Eine Nacht, wo wir uns in der Mitte der temporada gemacht haben. Das war die nächste Runde. Heute war ein hartes Spiel. Dank an Gott haben wir die Klassifikation geschafft. Wir sind sehr froh, dass es möglich gemacht hat. Puschel. Sechs Europapokalspiele, vier Treffer. Das ist mit Abstand der erfolgreichste Torschütze in der laufenden Champions League Saison von Borussia Dortmund. Und dazu gibt es auch einen Beitrag. Ja, er ist kaum zu stoppen, dieser Aschraf Hakimi. Das mussten schon seine Gegenspieler aus Prag erfahren. Und alle Interfans kennen spätestens seit dieser magischen Nacht in Dortmund auch seinen Namen. In der Bundesliga eine wichtige Stütze der Mannschaft. In Europa sogar ein Gamechanger. Das ist Aschraf. Wenn wir in der Galerie sind. Wenn wir fahren wollen, machen wir den Ballon vor. Denn er geht schneller als alle. Das ist ein Vorteil in der Team. Und er hat es für viele Leute gewonnen. Das kann uns in der Situation sehr kompliziert werden. Aber es bleibt auch ein sehr guter Foto. Wenn wir den Ballon haben und ihn konservieren müssen. Seine Saisonbilanz bisher? Sechs Tore und fünf Assists in allen Wettbewerben. Gar nicht übel für einen Außenverteidiger. Er ist halt verdammt schwer zu stoppen. Ja, eigentlich bist du ja als Außenverteidiger geholt worden. Und spielst du denn jetzt eigentlich lieber vorne rechts oder hinten rechts? Ich bin ein Defenderer, der sehr gerne an sich. Er hat einen Schaden in der Bewerbung. Er hat sich sehr gut in der dachten. Ich bin ein Schaden. Und er hat sich in der Karte. Ich bin ein Schaden. Ich bin ein Schaden, weil ich noch eine Stütze für die Spiele haben. Ich bin ein Schaden. Ich bin ein Schaden. Ich bin ein Schaden. Bei uns hier bei Borussia Dortmund und wenn wir uns mit dir über Fußball unterhalten, dann sprichst du oft von dem Wort genießen. Du willst Fußball genießen. Was bedeutet das für dich? Ich glaube, das ist eine Worte, die mich anrufen. Ich bin froh, dass er sich liebt. Ich liebe es, was ich mache. Für mich ist Fußball mein Leben. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh und ich froh. Ich bin froh, weil ich nicht großartig bin. Ich empfinde mich sehr. Für mich ist das Spiel, nicht mehr so ganz. Ich mache was ich gerne. Ich arbeite was ich nur. Es ist das Ziel. und ich fühle mich wichtig im Team, das für mich wichtig ist. Es ist das Beste, was dir in der Welt passiert. Ich glaube, es ist etwas, was jeder trägt und möchte eine Familie formen. Ich bin sehr glücklich mit ihnen. Ich will noch nicht sagen, ob es ein Kind oder ein Kind wird, weil es eine Überraschung ist. Aber ich weiß, dass es von dem Team sein wird und jetzt von Borussia sein wird. Ich fühle mich jetzt, dass er ein Fan von dem Team sein wird. Ja, beim Spiel gegen Bailand hast du hier im Stadion die Herzen vieler BVB-Fans gewonnen. Und zwar hier durch. Da, da, da und da. Ich fühle ihn jetzt. Wir sagen Gänsehaut und dann das 3 zu 2 gegen Inter und ein ganz besonderer Moment. Dein Jubel auf der Bande und das ist natürlich das, was die BVB-Fans gerne sehen wollen. Und das, äh, Emotionen, Emotionen und das hast du wunderbar gezeigt. Wie bist du denn darauf gekommen oder ist das ganz spontan gekommen? Ja, ich habe nicht gedacht, dass ich zwei BVB-Fans gewonnen habe. Es war ein Moment magisch, eine Nacht, die ich nicht vergessen werde. Das BVB-Fans kam, meine Freunde und meine Familie. Ich habe dort die BVB-Fans gewonnen. für alle Jahr und die Menschen in derاضlichen Fans. Es war eine sensation wie, wenn ich gewinnen Nacht, hineinwärtig nach den Fans haben, aber ich weiß, dass meine Familie und meine Freunde sind. Und ich wollte es mal sehen, dass sie nicht so nahe sind. Ich habe mir über etwas zu aufệnzen. Und ich war so hier. Ich wollte es mit ihnen und den Fans ankommen. Ich liebe es, wenn Fans das Geheimskollern. Ich habe diesen Gefühl, dass meine Freunde und Familie hier sind. Also wir haben unsere BVB-Fans im Internet bei Facebook aufgerufen, den Jubel von Aschraf kreativ neu zu erfinden und die Resonanz war einfach gigantisch. Und wir haben die Besten jetzt mal rausgesucht und wir beide vergeben jetzt gleich Schulnoten. Eins für sehr gut, sechs für, ach, da ist noch Potenzial nach oben. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Für dich? Zwei. Zwei. Für dich? Zwei. Zwei, okay. Herr der Ringe. Vier. Ich kenne dich nicht. Vier. Vier. Drei. Drei. Eins. Das ist gut. Das ist gut, aber ich mache zwei. Ich will die Zwei. Zwei. Ja, okay. Zwei haben wir nicht richtig. Oh! Wrestling. Ich mag das, weil ich diese Spiele zu viel sehe. Oh, das ist großartig. Eins. Eins. Oh, für mich zwei. Zwei. Und die letzte. Oh, das ist gut. Eins. Brasil. Und der Winner ist... Nummer... Cinco. Uno, dos, tres, quattro. Cinco. Brasil. Ja, eine Sache, die ist mir noch so ein bisschen aufgefallen. Also nach dem Training geht Aschraf schon mal mit gefüllten Tupper-Töpfen nach Hause. Das hat mit irgendetwas zu tun. Vielleicht ist das Essen von Dennis Rota wirklich so gut oder kochst du nicht selbst so gerne? Ich muss sagen, dass es richtig ist, dass ich immer mit Tupper-Töpfen nach Hause gehe. Und ich kochiere gut, aber es ist besonders, weil ich mich sehr pereze und ich bin sehr vago, um nach Hause zu gehen und nach einem Spiel zu machen und mich zu kochieren. Und dann habe ich das gemacht, um zu Hause zu kommen, um zu kommen und zu essen und zu essen. Deshalb glaube ich, dass es für mich einfacher ist. Für mich ist es für mich. Gibt es etwas, was du am liebsten von Dennis isst? Die Wahrheit ist, dass wir schon immer, weil wir Sportler sind, wir haben immer Pasta, Arroz, Pollo und Carne. Ich liebe es, Spaghetti mit Püree und Püree zu essen. Für mich und für meine Profession, ich glaube, es ist sehr gut. Ich liebe es, ich liebe es, und ich liebe es oft. So, jetzt geht es weiter mit dem Zweikampf. Hakimi gegen Dickel, gegen Nobby. Tor oder kein Tor? Wir müssen entscheiden. Goal? No goal. Ich bin weit hinten. Deshalb hier wird heute überhaupt nichts geschenkt. Never. Drei, zwei, eins. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Nevin mal von 40, 50 Meter einen Freistoß reingemacht hat. Hätte ich mich auch daran erinnert. Uno, uno. Okay, eins, eins. Oh, Mladen Pedric. Drei, zwei, eins, go. Ich wollte erst einen Nein machen. Und richtig. Ich kann aber nicht aufholen. So ein Mist. Zwei, zwei. Oh. Drei, zwei, eins. Ich glaube, der springt dir mal am Korb oder so. Genau. Pst. Ja, ja. Okay. Das war ich gleich. Ja. 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 Ja! 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 Gut, wir machen immer tolle Bilder. Das ist das Bild von letzte Woche, muss ich natürlich noch drauf unterschreiben, mit Julian Weigel. Und Aschraf und ich haben natürlich auch in dieser Woche ein tolles Foto gemacht, das könnt ihr ab nächster Woche ersteigern. Alles zugunsten unserer Stiftung, also bietet mit, es lohnt sich. Ja, Aschraf, am Wochenende geht es gegen Mainz und es gab gegen Mainz noch nie ein 0-0. Und die Mainzer haben die meisten Gegentore in der Bundesliga bisher bekommen. Da geht doch was, oder? Bueno, la verdad que vamos a un campo difícil, sabemos que los rivales, cuando juegan contra nosotros, tienen una motivación plus y bueno, nosotros vamos a seguir en la buena dinámica que estamos y seguir trabajando bien para estar en lo más alto de la tabla posible y bueno, La verdad que queremos hacer nuestro juego como estamos haciendo y llevarnos los tres puntos. Ja, das war's also vom Feiertagsmagazin. Wir drücken natürlich unseren Jungs die Daumen und Aschraf hier gehabt zu haben, ist einfach super. Er ist nicht nur ein fantastischer Fußballspieler, sondern auch noch ein unfassbar sympathischer Mensch. Mucho simpatico. Vielen, vielen Dank, dass du hier bist, wir drücken dir die Daumen. Ja, ihr drückt zu Hause die Daumen vom Netradio oder bei Sky, keine Ahnung wo, macht's auf jeden Fall. Bis dahin, tschüss, macht's gut, der Nobby und der Aschraf. Nobby. Eheh, eheh. ы Er letters Musik Sieg 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 Start Sieg Sieg Sieg